Die verschiedenen Traversierungsarten habe ich schon in anderen Videos zuvor geklärt. Es gibt trotzdem immer noch Aufgaben, die könnten ein bisschen gemein sein. Wir machen hier erstmal kurz ein kleines, einfaches Beispiel zu einer Post-Order-Ausgabe. Und wir brauchen auch immer eine In-Order-Ausgabe. Wenn wir Zahlen sehen, gehen wir sofort davon aus, dass diese in der richtigen Reihenfolge sind, eben Zahlen halt. Das ist aber nicht immer so der Fall. Die In-Order-Ausgabe könnte auch anders aussehen. Aus einer reinen In-Order-Ausgabe können wir keinen Rückschluss auf die Struktur eines Baumes ziehen. Genauso wenig können wir das aus einer reinen Post-Order-Ausgabe. Außer wir wissen, dass eben Zahlen aufsteigend entsprechend sortiert werden. Wir müssen wissen, wie etwas sortiert wird, bevor wir eine Baumstruktur durchbestimmen können. Post-Order heißt ja, dass wir immer die Wurzel zuletzt ausgeben. Das heißt, bei dieser Ausgabe kann ich sofort erkennen, dass die 4, der, die 4, muss bei einer Post-Order-Ausgabe die Wurzel sein vom Baum. Und nun kann ich mir eben ausmalen, dass danach kommen die Elemente bei einer Post-Order-Ausgabe, die rechts von der Wurzel stehen und damit größer sind. Und das wäre in dem Fall die 5 bis 6. Die würde hier irgendwo hängen und die Zahlen davor, die würden links hängen. Und von diesen drei Zahlen kann ich ja jetzt auch wieder Post-Order daraus erkennen, dass die 6 das letzte Element ist, das ausgegeben wurde. Daher muss es die Wurzel sein von diesem Unterbaum. Und danach bleiben noch die 5 und die 7. Die 5 und die 7 ergibt sich jetzt im Grunde automatisch dadurch, dass wir hier erkennen können, dass, wenn wir die 6 haben, die 5 kleiner ist und die 7 größer. Das heißt, die 5 muss ja links sein und die 7 muss rechts sein. Auf der linken Seite haben wir bei der Ausgabe als erstes die 3. Das heißt, die 2 und die 1 müssen linke Kinder sein von der 3, da die ja auch hier vor der 3 stehen in der In-Order-Ausgabe. Und die 1 wird zuvor ausgegeben, also quasi als letztes. Deswegen ist von diesem Block die Wurzel die 1. Und dann muss die 2 als rechtes Kind davon folgen. So, das war jetzt noch nicht sonderlich schwer, aber oft haut es einen halt dann raus, wenn so eine Aufgabe hier kommt, wo eben die In-Order-Ausgabe absolut ungewohnt ist. Und dann soll man entweder den Baum dazu angeben oder eben sagen, ob dies überhaupt eine mögliche Post-Order-Ausgabe ist. Schauen wir mal. Wir fangen an, wie gerade eben, wir wissen, dass B ist die Wurzel von diesem Baum, weil es als letztes ausgegeben wurde. Und in-Order sehen wir, H und J stehen rechts vom B und die anderen Buchstaben stehen links vom B. Okay, das heißt, dieser Block hier wäre der rechte Teilbaum und dieser Block wäre der linke Teilbaum. Das würde auch mit In-Order soweit noch übereinstimmen. Funktioniert also soweit. Nun, dieser rechte Unterbaum lässt sich ja eigentlich ganz schnell zeichnen, weil das H muss ja die Wurzel sein von diesem Unterbaum. Und in der In-Order-Ausgabe kommt das J nach dem H, das heißt, das J muss ein rechtes Kind sein. Nun bleibt uns noch dieser Block und von diesem Block wird definitiv das C die Wurzel sein. Damit bleiben uns noch F, I und A. Nun schauen wir wieder. C ist hier in der In-Order-Ausgabe das allererste Element, das ausgegeben wurde. Und In-Order-Ausgabe hat das dann eben zur Folge, dass das auch das allerkleinste Element natürlich ist. Genau wie die 1 hier. Das heißt, F, A und I sind alles drei auf der rechten Seite von C zu finden. Und die A ist dabei wiederum die Wurzel von diesen beiden. Nun schauen wir wieder. A steht hier. Das I ist rechts und das F ist links. Das heißt, das F muss kleiner sein und das I muss größer sein. Das ist kriegt. Das ist rechts und einfach weniger lang Untertitelung des ZDF, 2020